Der zweite, den ersten hab ich schon getötet. Egal, ich muss ja immer durch. Greetings! Die Bücher. Moment, die Bücher erst mal. Ich guck mal, wie viel Speichel plötzlich noch hab. Oh, cool. Mehr nicht? Was willst du jetzt alles haben? Alle Bücher oder wie? So, das letzte Buch kriegst du gleich. Ich hab auch. Relikte willst du auch haben? Relikte sind auch gut. Okay, da hast du noch eine Rune, zwei Relikte und das letzte Buch kriegst du gleich. Oh, Delphine, er sammelt die Rune auf. Hey, gib die Rune. Relikt auf Teleport, hm? Heute kriegst du auch nichts. Da hast du ein Buch. Ich geh wieder runter. Hm, ich hab ne Kappe und die macht 1 plus 4. Ich hab ne Kappe. Ich hab ne Kappe. Das ist 1,2. Das kostet nur noch 19 Mann an Schatz 20. Geil. 20 Mann an weniger. Nein, nein. Ich will das, ich will da vorbei. Hey, der Fili, wir fehlen noch nicht Level 12. Der Fili, wir fehlen noch nicht Level 12. Der Fili, wir fehlen noch nicht Level 12. Du bist der Level 13. Du bist der Level 13 ernsthaft? Ja. Ja. Nein, das darfst du nicht an der Wahrseite. Das ist nicht überholt. Alter. Und was wird denn? Der Fili, du bist echt böse. Ich hab's nicht überholt. Hahaha. Das ist halt nichts draus. Ich hab den Bogen gekauft, ne? Und seitdem geht das. Ich hab' mir gedacht, warum geht das immer alles so schnell sterben? Außerdem muss mir auch einen gegeben. Da geht aber auch nicht so schlecht. Ja, die geht doch. Oh fuck, da kommen mehr raus. Die sind voll scheiße und so. Da kommt aber trotzdem. Komm mir noch mehr raus? Ich geh' da mal rein. Oh, da kommt noch mehr. Weil du sie erstmal nicht benutzen willst. Dann denkst du, weil es schlecht ist. Ich bin tot. Ich bin schlecht nicht, aber... so was hab ich denn da, ne Tunik ich dachte mal den ganzen anderen besser dann nachher nimmst du trotzdem meine das sieht echt voll aus wie voll aus ich hab dann ganz viele Runes of Blaze und dann bäh mach ich nachher echt so dann bin ich tot 74.000 aber wenn die jetzt feuerresistent wären die ganzen Monster dann würde der nix bringen feuerresistent ist halt egal ach das dauert nur mehr lang dann kommt da mega das dauert bestimmt nicht lang dann kommt die feuerresistenz an oh nein 10.000 und wenn man vielleicht bei MC 1000 Gold ja ich hab sogar 20.000 ja warum hast du so viel Geld was soll ich damit was soll ich sonst machen außer jetzt zu sammeln du brauchst schon voll viel Geld da würde ich nicht runter gehen ich hab irgendwie noch 50.000 oder so in der Bank was für Bank der Bank welcher Bank ist aber kein Schrei wenn ich ablagern gehe angsthaft ja cool dann geh ich mal vorbei und nimm alles mit du kannst nicht mitnehmen mein Zeug das gibt keine Bank ja du kannst nur mitreden Guten Tag! Wie kann ich dir servieren? Ich kann dir gar nicht alleine, du Cheater ist so aufgezumachen. Geht nicht. Ich hab meine ganze... ich hab meine ganze Meta bei dir abgelagert. Du Cheater ist halt weg. Ich hab bei der 15-Jährigen Kosten von 2 Milliarden gekauft. Hör auf du Cheaten! Das ist 8 Schaden von Lösen da. Ich hab schon wieder tot. Ah, ich hab kauft, ich hab klingt ja noch tot in allem, aber naja. Nehme ich den kurzen Weg zurück. Kostet ja nix, ich hab immer noch über 20.000. Ich hätte den Gamma mal bis 903. Warum? Das war letztens ein bisschen zu hell. Aber sind die Gegner im Mund gegen Blitz? Sind sie doch gar nix. Ich hab mir meine Schocknova gar nix. Soll ich auch nicht bringen. Bist du auch kein Magier? Oh! Wow, mit einem Hit meiner Hälfte meiner Energie herstellt. Wo bin ich? Das weiß ich doch nicht. Der Boss! Hilfe! Danke. Danke, da. Das heißt, wir haben nur die Spiele gemacht. Aber das ist nicht kein Loch. Ihr hier gibt kein Loch in den Orten. Dann kommst du auch mit den Bruchständern. Ich bin schon... Oh, lock mal die Gegner rein Wo sollen sie denn? Ach da Oh, wenns weiter nichts ist Oh, da oben ist noch einer ein Trick, ich mach Hier ist noch einer Hey, ich steh mal da drüber Oh, er greift dich an, das ist aber gut Oh Gleich zwei Ringe Jetzt 14 Points zu Damage, 16 Points zu Oh, brauch jemand 16 plus Starke Oh, das wär teuer Ernsthaft man, die hebt immer alle Items auf Ich hef die ganze Zeit dem Boss zu töten, krieg ich ein Ja, natürlich Ich brauch auch mal ein paar Items, ich kann nicht ständig alles von euch kaufen Warum kann ich den nicht mehr nutzen? Ach, ich brauch dafür Gehen wir den Ring haben Ja, ich Was denn für ein Ring? 16, Moment, ich geh erstmal hoch Ich heil mich erstmal Äh, plus 16 zur Stärke Und 14 Punkte zu Damage Ja, ich brauch den Ring Das ist nicht schlecht Ja, ne? Oh, hab ich auch, ich hab denselben nochmal Cool Oh, cool Wie viel willst du dafür? Oh, das wär teuer Ich glaube gar nicht Warum gehst du immer wieder zu der? Du kannst da nix lagern Du kannst da nix lagern, hör auf dich cheaten Ich lager da alles einmal zu besitzen Cool Hör auf zu cheaten Hör auf zu cheaten Cheatern verkauf ich nix Was hast du denn? Was hast du denn? Bietest du denn? Wo hast du so viel Geld hier? Hör auf zu cheaten man Ich lage mein, das ist gar nicht ständig deswegen Und ich kauf ständig auf die Madre Ja, kein Scheiß Man kann da nix einlagern, also kann man da auch nix abheben Also, halt auf dich, Mann Leg lieber mal 5000 Gold raus, wenn du so viel hast 2.500 Ich dachte du hast 50.000 Wollen wir bauen da was? 5.500 gebe ich dir Leg halt hin Warum brauchst du noch was, wenn du 50.000 hast? Dir gibt's eh noch Scheiße zu kaufen Das ist ja bis später, später kostenlos sind alle 20.000 30.000 Die, das sind alles Scheiße, die man kaufen kann Hör auf zu cheaten, wo hast du das ganze Geld hier? Dammel Aber kein Scheiß Cheaters Definitiv, willst du das Ding auch verkaufen? Das ist dafür ein Ring auf der Sun Und 5000 Weil du es bist Ring auf der Power hätt ich gerne Ring auf der Power ich kann dir Ring auf das Sun geben, plus eine Artribute und dazu noch Geld Nee, nein, ich hab's in Ordnung. Da hat sich noch ein Ring Ich brauche einen Ring auf Power Ich brauche einen Ring auf Power Dann brauche ich S threw Geld her Nee, ich kann das nicht Denn ich habe eine Red Cap auf dem Toll im Raum ist uns nichts Was hast du dir gesagt? das teil hilft mir extrem weiter schon dann weiß ich immer mehr magie brauche ich auch schon wollen und du sagst mich dass du nicht gemacht mit dem magie machen kann wäre das wichtig gewesen so wollte das ist gut punkte das sage ich dir lieber nicht was man bringen kann ich mal drei magier dann kann ich mir habe ich 50 gut hin kann du spielst kein magier spieler magier weiter brauche ich hab noch zwei ringe oder warte ist denn hier rechts noch eine tür minus 14 damage von gegnern 70 rüstung 120 stärke 60 dexperity genau hat der mit die drogen genommen ich war mehr ich habe 96 wir finden noch 24 k k k k k k k k die Stärke oder so wie er noch was mit Stärken an der Verkauf so ist der Kleine hat jetzt einen Ring auf Wien 21 Wien 21 Vitality die mir viel, ne? sage mal, dieses Cap auf dem Mund, die du mir gegeben hast ein Aber jetzt gerade brauche ich ihn nämlich noch nicht Ey, wieso kann der was einlagern? Der cheatet doch Mach das aus Mach das aus Könnte auch was einlagern Das weiß ich Nein Geht nicht Geht das bei dir das einlagern? Nein, das geht nicht Sag doch, du cheatest Weil du cheatest Du hast ja auch entschieden Mal gucken, wie viele Eten ich da schon eingelagert habe Take item, all items Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, neun, zehn, zehn, acht, neun, zehn, sechs, neun, sechs, neun, sechs, neun, sechs, neun, sechs, neun, seis, neun, gidêun, neun, acht, neun, действiv in der Welt Hör auf dich, schieben Wieso kann ich äh schon mal eingelagert? Warum kannst du nie mal die UK-2 einlagern? So, hör auf dich, schieben Wei cords Ich hab gerade nochmal ganz viele gegner Ja, weil ich von heute gar nicht so v girlfriend an Wusste es zwar, aber ich hab vergessen das ich das malen kann Nuss Hm ich geh doch mal weg ich geh doch mal weg ok wollte ich mich gar nicht stimmen was seid denn ihr könnt jemand mir gegner wirklich nicht verkaufen Was Wing of Power oder was? Ja, nee Warte, was hast du denn zum Wing of Power? Bike Wing of Power? Du bist 16 Stärke und 14 Damage Oh, das bohrt das Teil Das ist nämlich über 100 Damage Ich hab sogar 81 bis 100 81 bis 91 Rage hab ich noch mehr Ich hab grad nur 42 bis 48 Mit Rage hab ich nur 105 bis 105 Wenn wir sie alle nehmen Weichen mit Rage kann ich auch voll abgehen jetzt Nein, voll Können wir auf den Cheaten Immer noch nicht Einfach wenn du auch Cheaten würde wär Geld Das tue ich nicht Ja, tust du doch Sagst du doch 50.000 Volt Ja, aber Na also, hast doch gecheatet Geld Cheat Geld Cheat? Ja, ich geb einfach ein Ich geb in den Chat ein Slash Slash give me money Und dann hab ich Geld Und dann hab ich Geld Ja, ja Schon klar Hör doch mal auf So, wie wirkst du 100.000 Inventer Egal Geil Geil Das Einlagern Cheat machst du auch mal aus Das ist kein Cheat, das ist eine Funktion von Spiel Nein, das hätten wir die auch Also Cheat ist Bei den letzten Aufnahmen hatten wir die auch alle Nein Aber einmal hatten wir das, weiß ich ganz genau Nein Die hatte ich noch nie Ich hab mit allen Personen geredet Schon immer Nein, die Cheat ist da auch Da auch, oder? Oh, zwei Bögen Oh, ich muss mal weg Keine Ahnung, ich hab nur einen bekommen Der andere liegt auf der anderen Seite der Wand Das find ich cool Hab ich noch meine Telekinesen? Nein, ich hab noch eine Telekinesen Ja Also hier sind Krutbogen 3-11 Schaden Und Chains to Hit Plus 39% Irgendwer? Nö Also ich muss sagen Die 100% Life-Generation ist echt geil Die plus 100% Und du endlich auf den Cheaten Denkbogen kann ich nicht mitnehmen Denkbogen kann ich nicht mitnehmen Oh, Gegner Gott Bleib stehen So Ich hab ne Lederkappe Ich hab ne Lederkappe Schaut Und ich komm nicht durch die Tür Weil neben so ein Spastisch Oder wenn ich Hilfe der Filio Keine Ahnung Dann stelle ich mich halt hinter den Filio Ich gehöre zu meiner Seh Wille weg Geh doch du weg Ich will da rein Ich kann den Gegner nicht angreifen Weil er hinter dem Townportal steht Toll Das ist geil Ich muss sowieso nach oben Weil ich nicht erst gedamaged wurde Von irgendwem Hast du da wirklich kein Ich hab noch ne Lust Oh, ich hab ne Rune of Blaze Du musst doch wohl ihn depostet haben Das kann doch nicht sein, dass nur ich da eins habe Nein Du cheatest Wie lehmer den Rune of Blaze Rune of Blaze Rune of Blaze Das sagte ich eben Das hört sich interessant an Wie viel Schaden Keine Ahnung Vielleicht hast du im Singleplayer irgendeine Quest gemacht oder so Er hat cheatet Deswegen haben wir schon Multiplayer neue Funktionen 30 Magie brauchst du dafür Das kann ich sogar Ich hab sogar 30 Magie Ach so ne Rune of Blaze Elexio of Magic Cool Was ist das wohl Ist das mal von Stand von Blade of Blaze Oder so Uuuuuhh und tschüss Rune of Blaze nehme ich gerne Was zahlst du denn, Cheetah Was zahlst du denn, Cheetah Dirk of Death 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 So, ich kaufe mir mal nichts neues, weil alles nur Schrott ist Wolltest du eine Rune nicht haben? Ja, wollte ich Und dann läufst du weg Ja, ich bin die ganze Zeit hier rumlaufen Ey, die haben nur Scheiße zu verkaufen Es gibt nie was vernünftiges Ich bin hier Wie willst denn, ich hab noch 111 Gold 50.000 Was, mehr nicht Leg mal hin Geh mal weg Okay, tschüss Ja, eine Rune of Blaze Müsst du hier nicht mehr Rüstung machen, dann kann ich die glaube ich auch benutzen, oder? So, ich glaub hier haben wir jetzt alles, oder? Ja, hier ist alles durch Ich schau mal Da oben könnten wir noch Ich warte nicht Nein, ich hab alles durch Ich muss meine ganze Equipment-Domainern, damit ich diese Rune benutzen kann Du stirbst doch während du das machst Ich hab meine Equipment ja schon umgeändert Den kann ich jetzt schon benutzen Nein Es hör auf zu cheaten Dafür die geilste Rune die es gibt Die macht so voll viel Boom und alles voller Explosionen und alles Äh Oh, Oryx, äh ja genau, Oryx the Mad God bei ähm Ja, bleibt bestimmt weiter Och komm Brauch immer noch 57.000 Erfahrungspunkte Da gibt's bestimmt ganz viele Also gut, ihr geht vor, dann geh ich runter und dann... Ich geh vor, fällig Wollte aber vorgehen Halt die Fressern, verpiss dich Ich hab' die Fressern verpiss dich Hey, voll mit der Fressern Aber mit dir gebracht Ich hab' einen Club gefunden Wolle mal in den Club gehen Hahaha Das ist dein Schirm, was ist das denn? Sieht böse aus Na Shambler der hat lang gestachelt also wenn der keinen langen hat dann weiß ich auch nicht ich gehe mal da lang sogar mit champion lass uns mal wieder rausgehen das ist mal die tür blockieren das geht jetzt natürlich super weil er guckt hier natürlich sich mit hinten machen und irgendwelchen leuten anlegen muss und die laufen natürlich einfach nicht vorbei wenn wir wechseln hier ist ein portal ne man halten die viel aus ich gehe mal ruhig du musst mehr ammo nehmen hast zu wenig ammo ach so der fien jetzt nicht mehr bis zum total kommen ok ich weiß jetzt endlich wie das gerechnet wird mit dem wieviel gold man verliert und wieviel mp man verliert also mit den mp verlieren ist das charakterlevel plus das dungeon level mal 8 das dann in gold äh in ep soviel verlierst du bei dem gold ist dann einfach nur das charakterlevel plus das dungeon level mal irgendwas anderes mal wieviel das ist mir gerade das aufgefallen oh ein raum voller spaß also durch dein portal möchte ich ehrlich gesagt nicht mehr gehen ja doch 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 bestimmt warte waren die äh nein dein raum voller spaß hallo was hat denn geht da für resistenzen keine ahnung ich seh die noch nicht ich hab noch nicht genug getötet ich glaube nicht ich konnte auf jeden fall eben nichts sehen geh du mal vor geh mal vor ja geh ich auch jetzt oder nein dann geht das tor zu ne ich hab noch genug waren um ein neues tor zu machen hey es war noch einen moment lang offen ich hätte es noch durchgehen können tja jetzt muss ich auf ein neues portal warten obwohl du schaffst es schon alleine oder eins schaff ich nicht naja dann nehmen wir mal schnell die treppe wir sind gleich da ok wir müssen doch da noch eins dann haben wir wissen dass resistenzen es hat oh vielleicht nicht gleich den boss töten die stoßen nicht weg ich komm wieder rauf ich auch ich brauch mehr rüstung glaube ich 53 reicht einfach nicht auch zur bank hey hör auf zu cheaten hast du noch irgendwelche mods installiert hast du noch irgendwelche mods installiert dass die lagern kann hör auf dir noch irgendwelche weiteren mods zu installieren ich hab keine weiteren mods installiert ich hab nur die mods installiert die wir alle haben habt ihr mich erinnert wenn ich die cheat mods installiert dein mutter also ich hab nicht sofort cheat mods installiert wo mich gesagt wurde am anfang dort sieht nur ich komme wieder runter ich bin mal nur in 1 kann man zu tun ok macht mehr schickfeier leisten die kurze die Resistenz 3 Schläge halte ich schon aus was war ich kann auch mal testen 9 ich müsste ein Taumportale machen bis da zwei Taumportale machen wir gehen immer wieder rennen wir immer direkt wieder hin ja und er wird irgendwann machen mit dem man von Automatis zum Taumportale dann nach unten gekommen irgendwann hat er wahrscheinlich 250.000 Leben weil wir ihn so oft angegriffen haben da kriegt er immer mehr Leben dann ja und? ach ja dein Portal ist echt gut gesetzt inzwischen ja was soll ich denn sonst denn jetzt mal ich hab gerade so gesetzt den Tod das ergänzt nicht you die ja geh mir jetzt gleich gestorben ja ich mach bitte wow ich hab bald 100 Erfahrungen eh 100 Leben abgezogen erfahrungen abgezogen genau ich level ihn down viel Gold hab ich denn jetzt noch oh Gott nimmer viel du ich sag du du Vielen Dank.